Ich bin bis hierhin eigentlich noch nicht wirklich enttäuscht, sind meiner Meinung nach ein solides Team. Aber ich denke im Vergleich wirklich mit der Tier 1 Szene würden sie wahrscheinlich in 10 von 10 Fällen den kürzeren ziehen. Entweder klappt oder nicht, dir egal. Aber ich, äh, Captain, wenn man eine Ahnung, wie der Song heißt, nee, leider nicht. Aber wenn jemand die Kontakte hat, um das herauszufinden, dann ist es Captain Funky. Grüße, Franz, Mann. Alles gut bei dir? So. Aber gute Einstellungen, Gänzjens. Wenn man wettet, äh, muss man eben auch dazu stehen, wenn man mal verliert. Aber natürlich freut man sich umso mehr, wenn man gewinnt. Und gibt dem Spiel natürlich auch noch so eine gewisse Würze. Das kann ich schon nachvollziehen. Okay. Von mir aus können wir. Euch geht's wahrscheinlich genauso. Ich hab gar nicht gefragt. Für wen seid ihr? E-United oder Fragsters? Der Lenzjens, da bin ich mir sicher, der wird jetzt hier zum größten E-United-Fan. Aber wer hat eurer Meinung nach die Nase vorn? Wer hat eure Sympathie? Sind es die Amerikaner rund um E-United oder das dänische Team der Fragsters? Die so vielen guten Teams in Europa schon in gewissen Qualifiern ein Beinchen gestellt haben. Das sei denn auch mal gesagt, nicht nur hier für diese Dreamhack qualifiziert, sondern auch für die Dreamhack Open Valencia. So, hier der Episank ist für die Fragsters. Sandari Senpai für United. So, und Lenzjens hat die 2-1er-Quote im Vergleich zu 1-6 auf Fragster. Obwohl United zweimal gegen sie gewonnen haben. Und eventuell ein Vorteil. Ja, der Lenzjens, der weiß ist hier. Der Maxi für die Fragsters, der Lord noch und für Nip. Spielt Mausbots immer noch? Nee, das müsste doch längst durch sein, oder? Ich hab gar nicht geschaut. Das hier ist so ein knackiger Zeitplan. Ich kann nicht mal irgendwie die anderen Spiele... Klar ist das durch. Okay. Wer hat denn gewonnen? Könnt ihr mir grad mal Infos geben? Ich hab noch nicht nachgeguckt. Nip hat verloren. Okay, also Mausbots weiter. Jetzt im Halbfinale, ne? Oder war das schon im Halbfinale? Ich hab keinen Überblick bei der Starledder. Aktuell. Die, 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 die. 16 L, nee, warte. 9, 16. Hat Mausbots auf Mirage verloren. Das ist krass, wie sie auf Mirage nicht mehr gewinnen. Und auf Inferno dann 16, 11 gewonnen. Und Nuke 16, 9. Aber Mausbots kann halt mehr als Mirage. Das ist halt das Gute für Maus. Ich hab auch gehört, Oscar Todesdrohungen bekommen. Weil er nicht mehr trifft, ey. Die Leute sind halt einfach komplett geistig behindert. Die sowas machen. So, Mädels. Noch einen schönen Abend. Viel Spaß. Ich soll mir noch ein paar Bier installieren. Okay, dann hoffe ich, dass da beim Installieren nichts schief läuft. Vielleicht die, ähm. Ja, die, äh. Wie soll man sagen? Die, die Sober DLL. Dass die dir nicht in die Quere kommt. Ja? Okay. Ja, komm. Woran hängt es? Notfalls wird abgebrochen. Okay. Lieber abgebrochen, als erbrochen, ne? Ich wünsche dir viel Spaß, Lordnord. Was auch immer du tust. So, hier mal. Refresh. Mit seinen Stats aus dem letzten Match. Übers Best of Three verteilt. 52 Kills gemacht. 51 Mal gestorben. Also gerade so positive Statistiken. So, und Dazzle. Das sieht nicht so aus, als wäre er ein CS. Hatte anscheinend ein paar kleine Probleme. Ist aber auch schon auf dem Server. Also alle da. Ich denke, das dürfte gleich losgehen. Die Knife-Round ist vorbei. Das habe ich hier gerade schon gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Musik bei Hans Zimmer gekauft haben. So, da wird sogar noch hier mit dem Mikrofon unterstützt. So, und Miss Admin gibt noch ein paar Tipps und Tricks, wie das besser funktioniert. Die Musik ist echt hart, ne? Aber das ist gut. Da muss ich nicht so viel erzählen, ne? Dann macht die Musik die Stimmung. Ihr hört das? Das Rausfaden. Das bedeutet, es geht los. Nuke zwischen den Fragsters und E-United. Hier im Consolation-Final von Gruppe A, der Dream Egg Open Austin 2018. Gebt noch mal ein bisschen Gas im Chat. Auch wenn ihr nicht viele seid. Und E-United startet auf der CT-Seite. Depper mit der CZ. Das hat er sich gerade bei Cajun B abgeschaut. Dazzle wollte hier den Schacht aufschießen. Kein gutes Zeichen, wenn der Erste vorbeigeht. Gute Flash hier von Torben. Aber Depper sieht noch was. Hoppt jetzt natürlich darauf, dass der Spieler rausläuft. Alles in der Lobby versammelt von den Fragsters. Einspieler oben auf dem Dach. Und ja, da ist der gerade noch rechtzeitig oben. Fischt sich da Tom aus der Hufmuse mit dem Frag von hier unten. Da hat der Refresh gegen Depper die CZ gebannt. Staven mit der gepickten USP noch mal erfolgreich. Da sehen Sie auch an der Smoke-Kante, dass Ace nicht da auffällt. Aber Refresh kann ihn auch sofort holen. Und es ist ein 1 gegen 2. Ziemlich viel Chaos gerade. Und Rally kommt auf die Sport. 180. Alles Headshots. Und die Runde geht noch an E-United. Wow. Die war bombastisch, die Aktion von Relics. Die dürfen wir auch gerne nochmal im Replay sehen. Holy Shit. Zack, zack. Die ersten beiden sind da drin. Fast 180 Grad muss er sich da umdrehen. Meine Güte. Und da war wirklich extrem viel Chaos. Die Frags, das null Überblick, wo Relics sich da auffällt. Na gut. Dazzle. Diesmal an der MP9. Die Scout bei Ace direkt oben auf die Main abgezielt. Ace sogar mit dem ersten Frag. Gegen Torben. Und ihr seht, dass hier von Dragonfly auch direkt die Main Position da angespielt wird. In der Main selbst ist keiner. Und da hat sich Dragonfly jetzt ein bisschen bequem gemacht. Wird jetzt aber gleich ins Sandwich genommen. Der kommt Moose über Secret nach oben. Sehr viel Fokus hier Richtung außen. Der Preventessen an der... Ne, Relics ist das an der Rampe. Der wird abgefangen. Wollte ich gerade sagen. Aber Refresh verämmt dann ein bisschen mit der CZ. Und das ist eine Flawless Round für E-United. Vorher gab es auch keinen Plan. Das heißt, jetzt wird nochmal eine Glock-Eco kommen. So, und... E-United spielt auch weiter mit drei SMGs. Ace weiter an der Scout. Die gehen nicht nach außen. Das sieht jetzt hier nach dem Tür-Push aus. Das Pre-Fire von Dazzle. Super sauber. Relics mit dem Triple-Kill an der Rampe. E-United scheint sich wirklich sehr gut warm gespielt zu haben. Denn das war zweimal eine Flawless Round hintereinander. Auch nicht normal in CSGO. Wirklich wunderbare Spray-Control. Die Maus sehr gut unter Kontrolle. Relics also. Wirklich von Anfang an im Spiel. So, man bleibt auch bei den drei MP9s. Der Scout, der Farmers. Das sieht man sehr häufig auf der CT-Seite. Da will man nicht unnötig Geld ausgeben oder eine Waffe wegwerfen, die man noch mitgebracht hat. Aber heißt natürlich auch, dass die Außenkontrolle hier sehr schwierig wird. Und Dragonfly eröffnet. Jetzt dürften sie vom Dach noch ein paar Granaten geworfen haben. Außen Scout down. Gehen jetzt hier wahrscheinlich auch nach vorne. Aber Moos hier könnte sich eine Support-Flash geben lassen. Um am Secret rumzuziehen. Also Dragonfly würde die komplett kassieren. Und Moos darf da auf keinen Fall pieken. Das wird immer abgezielt, die Posi. Und viel wichtiger ist natürlich auch die Info, dass hier keiner reinkommt. Er geht langsam hoch. Das Köpfchen gesehen. Er selbst, glaube ich, ohne Informationen. Refresh inzwischen sogar schon Richtung Catwalk durchgekommen. Und Dragonfly hat sich Moos geschnappt. Also der zweite, den er hier dann holt. Aber das hat lange gedauert, bis sich Moos da gezeigt hat. Relics. Den Catwalk nochmal hochgekommen. Aber Refresh natürlich schon in der Nähe. Er zielt das ab. Und er könnte von unten noch gesehen werden. Refresh mit dem Shoulder-Peak. Er wird geholt. Aber die Arcade droppt runter. Dazzle fällt währenddessen auf den Spot. Relics mit dem zweiten Low-HP. Er wartet jetzt sogar, dass da noch was kommt. Und Depper nagelt das Darwin am Boden fest. Der Molly soll jetzt nochmal verhindern. Und die Bombe droppt. Aber in Richtung des Schacht. Das heißt, da könnte Dragonfly die Bombe jetzt schnell picken. Und da nach unten gehen. Hat nur noch 10 HP. Und kämpft jetzt tatsächlich gegen den Spot-Spieler. Er hat keine Ahnung, wo genau Depper ist. Und der hat das bessere Timing. Die Runde geht an die United. Und Depper war richtig erleichtert, als sie die Runde noch geholt haben. Das war wirklich gut reagiert von den MP9s hier. Und auch da nochmal dieses Kopfnicken, dieses Durchatmen. Und gerade so geholt. Ja, und Relics am Anfang dieses Turniers noch nicht wirklich drin gewesen. Depper hier nochmal mit den Stats eingeblendet vom Vortag. Auch eher ein wichtiger Bestandteil dieses Teams. E-United entwickelt sich hier gerade. Oh, die Fragsters wollen stoppen. Da ist anscheinend gerade ein Problem. Ja. So, Pause. Kommt rein. Ich denke, der Admin wird da gerufen. Ja, da wird nicht weitergespielt. Da nimmt Dazzle auch schon das Wasser in die Hand. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, bis das hier resettet wird. Und dann dürfte es auch weitergehen. Also, was haben wir denn gesehen gerade? Das war so eine CZ-Buy-Round von den Fragsters. Es ist ihr Map-Pick. Natürlich nicht der Start, den sie sich vorgestellt haben. Aber ich denke, dass da Möglichkeiten da sind. Ihr Außenspiel eben hat mir ganz gut gefallen. Haben versucht, die Halle eben über den Catwalk zu splitten. Ist auch wirklich ein legitimes Mittel. Aber genau dann ist Relics eben da. Sehr gutes Timing gehabt. Um da den Catwalk hochzukommen. Ich denke, wenn es hier ein technisches Problem gibt. Die Fragsters wollen ja auch im Flow bleiben. Die Runde eben hatte gute Ansätze. Man hat auch gemerkt, dass Außenkontrolle für United schwierig ist. Aber natürlich, auch das darf man nicht unterschätzen. Das war eigentlich eher ein Low-Equip des Fragsters. Drei MP9s, eine Farmers und ein Scout haben da gegen AKs und AWPs gewonnen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und jetzt wird natürlich bei den Fragsters viel nachgekauft. Aber das werden dann eben die M4s sein. Hier bei United. Die Ränge voll, wollte ich gerade sagen. Es sind natürlich noch ein paar Plätze frei. Aber doch immer wieder einige Leute da, die sich auch die DreamHack Open Events anschauen. Das ist auch an sich kein schlechtes Counter-Strike, das da geboten wird. Und gerade für so junge Spieler, für so Leute wie die Jungs bei United oder auch die jungen Dänen bei den Fragsters, ist das eine schöne Sache, vor Zuschauern zu spielen. Mitzubekommen, wie das ist, wenn die Arena gegen oder für einen ist. eine dänische Flagge zu sehen. In einem anderen Land. Da Unterstützung zu erfahren. Da passt diese epische Musik gerade richtig gut zu. Grüße auch an Sandari und den Curry-Casten. Schön, dass ihr den Chat mal ein bisschen belebt. Ja, anscheinend ein größeres Problem, aber Dragonfly ist wieder im Spiel. Oder hier Blacky ist auch, da gucken wir, wenn wir so wenig Leute sind, da können wir ja auch mal die Besten im Chat hier begrüßen. Hier Blacky ist ja auch häufig am Start. Grüße gehen raus. So, ich denke, da wurde gerade die Runde neu geladen. Na, guck mal hier, der Gottverdammt liebe Hund ist auch da, der Blackyogi ist da. Ich hoffe nüchtern, ne? Crazy Shooter. Bei so wenigen Viewern kann ich jeden begrüßen. Das stimmt. Wirklich schön, dass ihr mich hier begleitet, Leute. Und ich weiß, dass die Star-Leader nebenbei wahrscheinlich ein bisschen interessanter ist. So, hier muss... Da hat man gesehen, dass er gerade nicht so ganz drin war. Dragonfly hat ihn hinten gespottet, läuft dann aber auch da in den Nade rein. Die Bombe hat es unten in den Schacht geschafft, aber der Weg aus dem Schacht Richtung Sporte ist jetzt natürlich deutlich länger. Und Refrain ist da in der Ecke vermutet. Ja, da sehen wir auch, dass Dazzle ein sehr sauberes Kanten-Aiming hat. Und Bubski jetzt... Ja, komm, YOLO. Der liegt jetzt durch. Das gilt natürlich auch andersrum. Wenn ich die Bombe lege, kann ich irgendwie jemanden schnell über den Schacht nachziehen. Bubski, schöner zweiter Frack. Ja, ist zu Mainz gegen drei. Der hat nicht mal HP verloren in dem Duell. Schnappt sich da auch noch Relics. Auf einmal ist das eine machbare Runde für ihn. Geht hier hinten raus und holt sich auch noch Moose. Der spielt hier gerade One on Five. Noch nicht an der Bombe ran. Der Letzte kommt da über den Spot nochmal hin. Ist jetzt am Diffuse. Und Bubski schießt allerdings vorbei. Zehn Sekunden Diffuse. Er geht mit dem Messer hin. Er messert vorbei. Er trifft ihn überhaupt nicht. Und am Ende stirbt er noch. Schade, schade. Die Runde für United. Dickes Ding von Bubski. Tony A89. Auch Grüße an dich. Ei, 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 ei. Aber ganz, ganz stark. Sie durch diesen Shot hier an. Boah, war das geflickt. Richtig geil. Und auch hier schön den neuen Schachtweg ausgenutzt. Aber am Ende ist es halt so ein 10 Sekunden Smoke Diffuse, der da durchgeht. Schade, schade. Schokolade. Wieder ein Spiegel. Direkt in den Schacht. Das ist gut. Das ist auch gerne mal ein Mittel, um den Spieler von der Rampe schnell nach unten zu zwingen. Oder auch einen Außenspieler dazu zu bewegen, eben dann zur Rampe zu rotieren, um die Position zu übernehmen. Moose hier sehr weit außen vor. Refresh. Wartet da ab. Was Torben da jetzt mit der Bombe vorgeht, gefällt mir nicht. Aber Moose hat da auch einen dicken Off-Angle. Also er lässt sie da schon weit durchlaufen. Er muss nur gucken, dass er den Hosenstall zu hat. Sonst guckt der Rüssel da am Ende irgendwie noch an der Kante raus. So, und Stavon kommt hier hoch. Und der hat gerade gesehen, dass da vorne einer steht. Damit hat den Moose dann keine Chance. Und da sehen wir eben das Problem, wenn da einer in den Schacht reinkommt, kann er so eine Position überprüfen. Eigentlich ein ganz ungewöhnlicher Winkel für die T's, so den First-Track zu bekommen. Aber es funktioniert. Und da geben sie dann einfach Gas. Ein bisschen direkter jetzt gespielt. Stavon noch mit dem Frack gegen Deppe. Da wird sogar noch mal abgezielt, ob über die Rampe was kommt. Ace verliert hier also sein Timing. Molly zieht sie aber noch am Window ab. Das heißt, sie müssen sich hier zurückbewegen. Verhindern aber, dass Ace jetzt links am Schacht, äh, am Schacht an der Rampe rumziehen kann. Das heißt, sie könnten hier eventuell sogar einen offensiveren Plant wählen. Ja, und Event, das ist eigentlich eine Situation, wo E-United saven sollte. Auch wenn sie hier gerade die ganze Zeit am Drücker waren. Hier, die Runde werden die Fracks das so nicht mehr abgeben. Ace hätte hier vielleicht noch Ninja Diffuse mit der Smoke und dem Kit machen können, aber dafür muss er natürlich auch erstmal an die Bombe rankommen. Jetzt geht Relics hier oben noch am Secret auf Exit Frack. Auch eine gute Position, die er da wählt. Ich hab, schöner Schuss. Es ist nicht mal eine Flawless-Runde für die Frackstars. Ähm, ja, und die müssen da natürlich auch noch ein bisschen wegkommen, aber ich denke, das geht. Jawohl. Überleben da alles, kriegen alle noch ein bisschen Damage. Aber viel wichtiger ist eben, dass man die Waffen durchbringt, anstatt da irgendwie mit 100 HP zu überleben. Okay. Erste Runde für die Frackstars. Und das war wirklich einfach direkt außen durch. Oder was heißt eher, direkt einen in den Schacht rein. Über Secret hat da einen Frack gemacht. Sehr ungewöhnliche Runde, die wird man so nicht nochmal kopieren können. Kann ja auch immer passieren, dass man bei dem Schachtplay abgezielt wird. Und da ist Staven eben geholt worden. Er kommt diesmal nicht in den Schacht rein, aber sie sind außen wieder direkt durchgegangen. Einer wartet unten, das dürfte Move sein. Und der verpasst hier komplett sein Timing. Hat die Steps anscheinend nicht gehört. Immer sofort der Molotow in den Schacht, um zu verhindern, dass United da sofort nach unten schiebt. Ace zielt da immer noch mal ein Stückchen nach hinten ab, aber kriegt auch hier wieder Molly ab. Oh, starker Push da durch das Feuer. Torben hat da überhaupt nicht mit gerechnet, aber Ace natürlich auch viel Damage dadurch kassiert. Depper auch noch durch den Molotow aufgehalten. Immer noch kein Plan, aber wir haben noch sehr viel Zeit. Und sie zielen das hier erst noch. Oh, der One-Shot von Bubsky. Depper immer noch am Leben hintendran. Sie wissen auch von der AWP an der Rampe. Und da geht Dragonfly jetzt ein großes Risiko ein. Spielt das sogar offensiv gegen Ace aus und wird dafür belohnt. Die Bombe geht jetzt sogar noch nach oben und Dragonfly geht sogar durch den Frack gegen die Rampe jetzt Richtung Heaven. Das heißt, sie können die Bombe für den Heaven legen. Ganz schwierige Sache jetzt für Depper, da wirklich schnell ranzukommen. Ist aber durch den Molly durch, aber da hat Dragonfly verschossen. Wird jetzt durch den Molly zurückgedrängt, aber lässt sich da auch nicht zu schnell nach hinten fallen, sondern erst noch getroffen und dann eben wieder weg. Die Folgerunde für die Frackstars und United nimmt eine taktische Pause. die erste. Diese Halbzeit hier nochmal. No Scope von Dragonfly. Der Push natürlich riskant, aber sie mussten ein Risiko eingehen und dann eben bevor die Nate aufgeht oder der Molotov eben ist er weg. Ich glaube, der Molly kam nicht mal. Ist der nicht, ich glaube, der ist im Loch explodiert, ne? Ja, cleveres Timeout. Sagt ja größte United-Fan EU-West. Ja, das EU passt da sehr gut. Ähm, finde ich auch. Also zwei Runden in Folge verloren. Sie kaufen auch nochmal runter, wenn ich das hier richtig sehe. Und die United, genau, können auch nochmal gut runterkaufen. Die eine CZ bei Moose, ich denke, die ist jetzt kein Problem. Mal gucken, ob die Frackstars wieder so schnell außen spielen wie eben. Ich glaube, Stubben wird jetzt mal hier an der Tür ein bisschen aufpassen, ob er da durchgeht. Ja, da wird auch direkt wieder reingeholzt, damit das aus letzter Runde nicht mehr passiert. Wollen wir Moose? der spielt, glaube ich, wieder unten, falls sie den Secret durchkommen. Aber da sind noch keine Smokes. Das heißt, gerade die Position gefühlt doppelt gecheckt und sie spielen jetzt unterm Catwalk an. Also gegen die AWP, Ace direkt mal geschnappt. Und jetzt heißt es natürlich für Relics hier gegen Hell zu stehen. Und sie gehen beide schon wieder hoch. haben sich da kurz jetzt noch besprochen, haben noch sehr viel Zeit den Molotov natürlich mitbekommen und seht euch an, wie Bubski das hier abzieht. Oh, wie kann Bubski denn da bitte so veraimen? Den machst du doch normalerweise im Schlaf. Dragonfly hier gut durch die Wand drauf gewesen auf seinem Aid. Refresht, er gerefraged. Jetzt müssen die Tepper da noch bekommen. Starker Zweiter von ihm. Wir haben am Ende ein Eins gegen Eins. AWP gegen AK. Dragonfly geht da lieber auf die CZ. Die Bombe kann er da ohne Probleme picken. Und fast ein Reed von Relics. Der ist jetzt schon nach unten gegangen. Dachte ich zumindest. Nein. Er geht jetzt zum Heaven. Er hat die Tür nicht gehört. Er hat den plant, aber von der Position her könnte er noch denken, dass das auf dem A-Spot ist. Und Relics, ja die Tür, die hat er jetzt mitbekommen. Oben gibt es nur eine Tür. Die kann er an der Stelle nicht hören. Also weiß er, dass es unten ist. Den Drop in den Schacht hat Dragonfly noch mitbekommen. Und der könnte jetzt natürlich hier einfach hinterherlaufen. Aber die Bombe ist an der Seite schon etwas besser für ihn gelegt. Er macht die Tür einfach genau in dem Moment auf, als Relics anfängt anzuziehen. Dritte Runde in Folge für die Fragstars. Das Timeout. Ich würde nicht sagen, dass es nichts gebracht hat. Die Runde ist sehr knapp gewesen. Ein 1 gegen 1. Aber ich finde den Move, den die Fragstars da ausgepackt haben, außen wieder ein bisschen Druck machen, dann wieder unter den Catwalk spielen. Das ist das, was ich eigentlich auf Nuke immer sehen möchte. Nicht viel mit Secret oder viel mit einem schnellen Halle Go, sondern um den Catwalk herum spielen. Auch als Tee. So, da haben wir wieder das komische Geräusch. Geräusch? Ich gebe das direkt nochmal weiter. Again, äh, weird noise on clean feet. Okay. Ähm, ja, Bombe gelegt. Also normal hat sich das eben von alleine erledigt. Ich gebe das auch immer weiter. So, Dragonfly zielt an an der Rampe. Ich mache den Sound gerade mal ein bisschen leiser, damit euch das nicht so auf die, ähm, aufs Gemüt schlägt. Ja, das tut mir leid. Und, ja, am Ende sogar eine Flawless-Round für die Fragsters. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen da, aber nicht mehr so krass wie eben. Das ist zu leise. Das ist mir schon klar, Lenzjens, aber bevor es hier zu viele Störgeräusche gibt, dann lieber ein ganz leises, äh, CS, als, äh, dass ihr irgendwie Kopfschmerzen bekommt, wenn ihr das mit Kopfhörer habt. Ne? Okay. Also, Dazzle an der Main. Dragonfly wartet drauf, dass da jemand an der Mech-Halle ansteelt, aber United spielt das wirklich eher von den Boxen vorne. Jetzt hat sich Ace, äh, jetzt hat sich Dazzle hier verraten. Genau, Dazzle ist es, der da in der Main steht. Und Ace hat eine sehr schöne AWP-Position. Ohne die Doppelsmoke hier vorne wird es ganz, ganz schwer. Ja, natürlich muss er immer wieder nach unten gucken, aber da hat er was gesehen. Leichter Frack gegen Refresh. Und immer noch keiner durch. Also, dieses ganze, dieser ganze Fight hier außen. Ja. Okay, Problem gelöst anscheinend. Ähm. Muster gegen Starven erfolgreich, aber Dazzle jetzt gefallen, also, und Dragonfly geht sogar jetzt Richtung unter Catwalk. Da warten aber zwei Spieler und ich glaube, er hat ein Mega-Timing. Er checkt aber links nicht. Er läuft links an dem Spieler, aber Reddix guckt gerade noch im richtigen Moment. Aber das kann Dragonfly auch nicht wissen. Depper schon in der Tür drin. United meldet sich zurück zum Dienst. Mit den 35 Sekunden die Bombe down im Türraum und Bupski jetzt auf dem Weg zum Hell ist, ähm, eigentlich nicht eine Runde, die Bupski hier noch gewinnen wird. Aber der hat eben schon mal eine fast unmögliche Runde noch gemacht. Das Game jetzt zu laut, okay. Machen wir es so, dann sollte es passen. Auch hier Bupski wirklich, äh, not bad. Und dieser Jump hier runter jetzt, zehn Sekunden gegen zwei und da dann doch eher die Entscheidung AWP saven. Bupski, der ist auf keinen Fall so ein kleiner Bub. Der hat ein Mega-Klatschpotenzial, habe ich das Gefühl. Wirklich sehr viele kluge Sachen. Gamerlog11, einen wunderschönen guten Morgen, ha, läuft bei dir. Für mich ist jetzt gefühlt früher Abend. Aber ich meine, vor zwölf Uhr, wir sind schon im dritten Best of Three. Dafür, dass wir heute eine Stunde Delay am Anfang hatten. Kein, also eigentlich liegen wir eigentlich ganz gut im Zeitplan. So, Moose außen vor. Direkt ins Secret rein. Ungesehen. Die Frexas arbeiten viel stärker gerade gegen die Rampe. Relics hier sofort mit dem Weg nach unten den Molly gegen die Wand geworfen. Den Support wollten sie abschneiden. so, okay. Bupski. Sie boosten jetzt nochmal oben drauf. Ein bisschen blöd, da den Step zu machen. Das sind genau die Details, die eben Infos weggeben. Bupski hat hier einfach noch die Rampe gehalten und sich auch tatsächlich nicht gegen Ace gezeigt. Aber drei gegen fünf, da jetzt unten durchzukommen, wird echt extrem schwer und Relics macht das gut. Unten hinter der, hinter dem Silo. Abwarten, ist jetzt gespottet worden, hat keine Granaten, um sich da zu verteidigen. Geht dann auf den Fred. Wie kann er da noch beide machen? Relics, das Biest. Aber jetzt ist Refresh noch dabei. Torben hat da postmortem noch den Frag gemacht. One on three. Die Flash und direkt der Plant, aber nur angefakt, hat die Tür gehört. Siebte Runde, United. Relics. Richtig, richtig krass. Das nächste Camp wird alles gecastet von der Dreamhack, Leute. Also die, die Uhrzeit ist doch kein Problem für uns bei 99 Damage. Wir leben noch rund um die Uhr für CS. Für euch. So, okay, also Relics bombastisch. Wirklich. Ist mir gestern gar nicht so krass aufgefallen. Starben jetzt vielleicht mit dem Timing. Ich glaube, er ist in den Schacht gekommen. Ah, noch nicht erwartet an der Tür. Ist, glaube ich, auch besser. Kann er die Rotationen immer noch abfragen. Hier der Blick in den Schacht. Ein deutlich angenehmerer Winkel für die T's und Relics lässt sie da einfach wieder durchlaufen. Hat dann mehrere Steps gehört. Starben jetzt doch noch geholt worden, bevor er in den Schacht reingekommen ist. Und sie haben da unten ein Kreuzfeuer, sogar Moose hier oben drauf. Eigentlich können die Frax das nicht unten auf den Spot. Das sind viel zu viele verschiedene Winkel. Da muss Dazzle auch eigentlich nicht reinziehen. Aber das ist dann die Ablenkung. Und wie Moose da veraimt. Relics hinten, hinter der Kiste wird da sogar schon gebankt. Aber er macht auch wieder zwei. Ace mit dem Fracking. Bubski am Ende 1 gegen 2 für Refresh. Und da wäre Relics fast wieder zur Stelle gewesen. Aber Refresh macht dann 1 gegen 1 draus. Die Bombe noch nicht auf seinem Rücken. Und da hat sich gerade Ace ins Aquarium reinarbeiten können. Die Bombe ist jetzt gepickt. Und Refresh hat keine Ahnung, wo er ist. Dann legt er sogar offen in die Richtung. Und das ist dann natürlich ein Easy-Pick für Ace. Super laufig. Achte Runde auf der CT-Seite bereits für das amerikanische Team. Und diese CT-Deckung gefällt mir richtig gut. Sie fighten nicht all-in aus der Mech-Halle irgendwie gegen drei Leute außen, sondern achten wirklich darauf, dass sie vom Heaven aus einen Winkel Richtung Main, Richtung Red-Container haben. Immer wieder Moose direkt unten, der da Richtung Secret steht. Das war jetzt bisher nicht so erfolgreich, aber ich denke, wenn er da ein bisschen mehr Erfahrung sagt, jemand schneller Tür pusht, der Wolletop liegt da wirklich perfekt. Depper mit vier. Moose, der rächt ihn dann. Ich denke, die zwei Frakes für die Fragestars voll in Ordnung für die Eco, obwohl sie da auch viel investiert haben. So, hier sehen wir es auch mal. Zack, zack, zack. Ja, das sind die Momente, für die man in Counter-Strike lebt. So, den Waffenswitch hören müssen in der Situation am Aquarium eben. Ähm, kann man, es kommt drauf an, vielleicht hat Ace in dem Moment sogar die AWP früher weggeworfen, weil sein Teammate angesagt hat, AK liegt im Aquarium und dann sagt er, okay, Spieler low AP, ich hab die CZ als Secondary, wenn ich hier die AWP droppe an der Rampe, sodass er sie nicht hört und ich geh dann ins Window, um die AK zu holen mit der CZ in der Hand, wo ich mich immer noch gut mit verteidigen kann, ist das eigentlich ein sehr, sehr kluger Spielzug. Der Waffen-Witch, die Waffenhexe. Da haben wir uns mal drüber unterhalten, dass man irgendwie auf der Map so einen Secret Shop irgendwie hinsetzen müsste, wo du dann irgendwie so richtig krasse Waffen kaufen kannst für richtig viel Asche. So, Pupski. Spielt das hier Solo an der Mechalle. Natürlich spät aufgenadet. Auch ungewöhnlich, das muss Depper jetzt zu denken geben. Dann kommt die Main Smoke, Pupski mit dem Fracking Ace und der macht jetzt Druck Richtung Catwalk, das heißt, Depper ist hier wahrscheinlich auf sich allein gestellt, aber die Team Flash macht ihm das Leben und das sehr schwer wird von Dragonfly gerefragt. Dann kommt Moose aus dem Schacht und er sofort ein No-Scope von Dragonfly hinterher. Ich vermute mal, dass es ein No-Scope war und Relics bisher wirklich eine Top-Partie, aber die Runde sieht wirklich ganz, ganz schwierig aus für ihn. Er wartet hier sehr lange, eventuell will er auf Ninja Diffuse spielen. Aber Ninja Diffuses sind extrem selten, extrem schwer geworden, weil der Bombenradius natürlich viel geringer ist inzwischen. So, und da ist er, glaube ich, gesehen worden. Ja, zack. Auf Wiedersehen. 9 zu 5. Die Fragstars also mit der Gelegenheit auf sechs Runden zu kommen. Vielleicht aber auch schon zweistellig für United. Das Geld... Ah, ich glaube, es sieht nicht so gut aus. Müssen wir aber mal gucken. So, hier nochmal der Zweite jetzt. Der ist interessant. Okay, war tatsächlich im Zoom. Eigentlich eine saustarke Aktion von Moose, aber Dragonfly hat da wirklich richtig krass reagiert. Das ist so eine Aktion, wo... Also da wäre ich ausgerastet, hätte ich gesagt. Das kann doch nicht sein, dass er da direkt den Zweiten macht. Aber er bleibt halt im Blickwinkel Richtung Main, falls da einer reinkommt. und reagiert einfach sehr geistesgegenwärtig. So, es ist halt so ein SMG-CZ-Buy. Moose sogar noch eine AWP gekauft. Dieser Push in den Vorraum. Gut aufgehalten worden. Und Last Man Standing ist der AWP-Spieler... oder der aktuelle AWP-Spieler, zumindest mit dieser Runde, Moose... Ja, 1 und 4. Ich denke, da kann er jetzt hier noch ein bisschen was versuchen. Aber mit einem 10 zu 5 können beide Seiten, glaube ich, ganz zufrieden sein. E-Uniteds Deckung gefällt mir ganz gut. Worauf ich eigentlich noch eingehen wollte, ist die Taktik, die die Fraggs das gespielt haben. Außen den Spieler abstellen mit vielen Smokes. Okay, Moose aber erst noch mal mit einem zweiten Kill. Er hat keinen Defuse-Kill. Die Bombe tickt schon ziemlich schnell. Er wird dann von Tauben geholt. So, und jetzt noch mal kurz erklärt. Ich hätte jetzt gern Radar, um euch das zu zeigen. Sie werfen viele Granaten außen. Das heißt, der Fokus außen ist generell schon da. Naden dann die Tür, sodass natürlich eventuell ein Main-Spieler eventuell seinen Außen-Fokus verliert. Dann kommt der Fragg vom Spieler außen gegen die AWP. Er setzt den Catwalk unter Druck, sodass der Fokus der Halle-Spieler auch erst mal in Richtung Catwalk geht. Und dann gehen sie aus der Tür raus. Das heißt, sehr schön wieder den Fokus vom eigentlichen Go abgelenkt. Dann reingehen. Das muss man nicht unbedingt als Fake bezeichnen, sondern das muss einfach viel Kommunikation sein. Also da kriegst du mit, deinem Teammate macht außen den Frag. Und dann fängst du eben an, auf deiner Seite zu arbeiten. Und dann eröffnest du eben diesen Zwei-Fronten-Krieg für deine Teammates. Das ist eine sehr detaillierte Taktik, die die Fragsters hier wirklich sauber ausgeführt haben. Und nochmal, da sind fast nur junge Spieler dabei. Das ist, äh, das ist wirklich ein Team, das sich im Auge behalten würde die nächsten Jahre an eurer Stelle. So, GH 9 zu 6. Und die zweite Halbzeit, die beginnt jetzt. Okay. So, da war das Geräusch wieder kurz, ne, ist ganz komisch. So. Also, wenn ich es auf dem Radar eingezeichnet hätte, hätte man wahrscheinlich noch viel eher erkannt, was ich meine. aber, ich hoffe, ihr habt es auch so verstanden. So, ne, ruhige, ruhige Pistol-Rom. Wir haben, wir haben sehr viele schnelle Pistols gesehen. So, Stavon. Oh, geht da den Molotov rein? Stavon aber mit zwei! Stavon, wo ist der dritte? Hallo? Stavon, das kann es aber besser. Zeigt sich aber nicht und da kann Refresh nochmal zwei machen. Und seht euch das an, was der für ein gutes Peak-Verhalten hat. Das ist genial. Und da macht er den dritten dann noch sauber. Ja, wird sich auch denken, das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen eher lösen können, aber es ist so gut. Wie er erst in der Deckung stehen bleibt nach seinen zwei Frags und dem Veräumen. Dadurch die Gelegenheit bietet wieder das Fokus Richtung CT-Schacht und dann kann Refresh von da oben die Frags machen. Auch das waren starke Shots. Und dann Shoulder-Peak der ihn halt wirklich in Grund und Boden, um einfach nur herauszufinden, von wo er angezielt wird. Und er sieht aus wie 13 Jahre und spielt das halt wirklich besser als zum Beispiel auch ein Conflict oder ein Cajun B, das heute gezeigt haben. So, Dragonfly, der macht ein, muss allerdings mit der Deagle, zeigt auch, dass er mitspielen kann. Boah! Und dieses Brett von Ace, das schmeckt allerdings nur den United-Fans. Der ist an der Rampe, gerade ein bisschen alleine. Die United sollte jetzt nicht einzeln sterben gehen. Sie müssen jetzt hier nicht erstmal überaggressiv werden. Wir kommen jetzt mit, dass da noch eine MP9 an der Rampe steht und gehen sogar außen vor. Also ein Hallesplit würde sich natürlich anbieten, aber Starbill zählt das ab. Sieht den Schatten da, hat also definitiv einen Vorteil, nicht nur was den Winkel an sich betrifft, sondern auch eben diese Kleinigkeit mit dem Schatten, die da doch eine große Auswirkung hat. So, Depper. Geht raus. Scheiße, dass der Spieler hier in der Ecke sitzt. Schnappt sich auch die MP9 von Bubski. 17 Schuss noch drin. Die sollten reichen, um den Fracking-Stum zu machen. Wenn der Witzelbomber ist wieder mit so einem Brett. Die Deagle, die schnallt gerade und Torben ist im Klatsch. Und sie gehen runter. Sie gehen runter. Legen die Bomber also wahrscheinlich hier safe hinter dem Silo. Da entscheidet sich Torben eher dafür, über die Rampe zu gehen. Den Laufweg dürften sie nicht gehört haben bei United. Ist aber insgesamt sehr laut, verrät sich da direkt. Ihr habt doch gesehen, das Fenster aufgeschossen, sofort in die andere Richtung geschaut. Schon sehr hohes Niveau und Depper, der vollendet dann diese Eco-Runde, Force-Buy-Runde. Ich weiß gar nicht, da war, glaube ich, sogar ein bisschen Geld noch drin. Krasse Shots hier, Ace. Wow. Und den will ich jetzt auch nochmal sehen. Achtung. Zack. Sofort ins Gesicht. Da sehe ich Nico gerade grinsen. Den Face Nico. So, Stavon. Mit dem Schuss gerade den Schacht aufgeschossen. Ein sehr Lobby-orientierter Aufbau von United. Nichts außen geworfen. Vielleicht vom Two-Spawn wie Außen-Smokes als Balancing. Aber wir Torben damit der Diegel mal reinhalten. Das klappt nicht. Dezeln mit dem Entry und United kommt an der Rampe erstmal durch. Jetzt schicken sie Moose außen noch lang. Natürlich ist jetzt viel Bewegung auf der CT-Seite. Das heißt, United muss jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Sie tauschen nochmal die SMG an den Low-HP-Spieler. Ace trägt jetzt auch die Bombe. Die Hintergründe dazu kann ich schon nachvollziehen. Ich weiß nicht genau, warum Moose jetzt nicht Secret runtergeht. vielleicht, weil sie eine Vorahnung haben, dass das abgezielt wird. Wenn ihr jetzt natürlich sagt Catwalk unter Catwalk frei, können sie einfach über die Rampe zum Catwalk gehen. Die Zeit, um das abzuwarten, haben sie. Also es geht jetzt wirklich nur darum, dass Moose hier die Info bekommt, ob da noch was an A steht oder nicht. Und ihr seht das auch, die Fraggs das nach hinten abzielen. Deswegen der Move in die Richtung von Moose deutlich besser. Was hätten sie allerdings gemacht, wenn Moose hier stirbt? So, die Info da. Da muss Moose auch ansagen, dass er die Umkleide nicht komplett getrackt hat. Der Laufweg hat mir insgesamt doch nicht so gut gefallen, den Moose da gewählt hat. Das ist wirklich so, in der Detailarbeit kann man da noch was machen. Und seht euch an Relics hier direkt mit dem Blick nach hinten. Ganz ungewöhnliche Position. Damit hätte Relics wahrscheinlich nie im Leben gerechnet. So, und Dragonfly hier. Ja, in den Moose müssen sie jetzt nicht unbedingt reinlaufen. Am besten einfach alle Waffen hier durchbringen. Das ist eine wirklich sehr gut kommunizierte Runde von E-United. Also direkt nicht irgendwie durchgezogen, überhastet gespielt oder so. Refresh schnappt sich dann doch nochmal Relics. Jetzt könnte Ace vielleicht noch versuchen da hinzukommen, aber da muss er mit der Bombe ein bisschen aufpassen. So, ja, hat's geschafft, hat die AK noch gekriegt und Refresh duckt sich da dann einfach nur weg. Okay. Elfte Runde bereits für E-United. Nochmals ist der Map-Pick von den Fragstars. Sie nutzen dieses Event eben auch, um sich als, um sich an die Turnierumgebung, um an die Offline-Umgebung zu gewöhnen, damit sie auf den Rim-Hack Valencia dann richtig durchstarten können. So, erst mal die Fenster auch aufgeschossen. So, Relics. Ja, das war So sollte man's nicht machen, Freunde. Ja, leicht verworfen. Das wäre natürlich bitter, wenn man dadurch jetzt irgendwie zwei Spieler verliert. Da ist aber einer außen durch und ich glaube, Staven lässt ihn da einfach stehen. Die Eier muss er doch erstmal haben, da nicht auf den Headshot zu gehen. Und, ja, verlieren aber die Spieler an der Rampe unten am Spot. Jetzt geht's wahrscheinlich nur noch darum, die Waffe auf dem Silo zu bekommen. Wollen sie da echt jetzt noch ran? Da hat Torben gerade noch den Fracking Relics gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wo das passiert ist. Und sie stellen jetzt nochmal um und da zieht da gleich Staven rum und der hat die M4. Überzahlsituation für die Frackstars und wirklich Hallekontrolle ist nicht mehr da. Gehen jetzt hier gemeinsam hoch. Erstmal Pommes abgemollet und Staven, was ein Positionswechsel. Wie schnell ist der denn bitte hinten dran? Sofort die ganzen Steps auch angesagt. Der wird den Plantier jetzt verhindern können. Aber die Bombe noch gelegt. Da der Refrag von Defer und die anderen beiden nicht die besten Waffen. Wo ist Bubsky? Der kommt auch nochmal über Heaven. ist eventuell gehört worden. Deppersch zielt da auf jeden Fall schon genau hin und hat die gerade noch gesehen. Die gerade noch spotten können. Die Natives da her und dann sogar aus der Luft gefischt. Was? Was macht er da bitte? Seht euch die Reaktion von ihm an. Erstmal einen Schritt zurück gemacht und gesagt, das ist zu einfach. Ist das wieder einfach heute? Ganz, ganz starke Runde, wenn Steffen da wirklich den Plant verhindern kann. Aber er geht wirklich eine Millisekunde zu spät nach vorne. Boah, wie er ihn da aus der Luft zaubert. Junge, Junge. So. Der Lenziens atmet erstmal durch. Gibt seinen Puls gerade over 9000. Minimum dreistellig. Torben unten. Weggeflasht. Wird gesehen. Natürlich achtet man da drauf. Da muss er vielleicht ein bisschen geduldiger spielen und Steffen, bevor er hier nicht kassiert, oben nochmal raus. Was der für eine Kontrolle hat über sein Spiel. Das sieht so krass aus. Dragonfly und Refresh hier. Der ist dann zu einfach. Da dachte der Ace, dass Refresh sich da nicht zeigt. Der zieht aber rum, macht auch noch den letzten Refresh das mal mit einer wirklich sehr ordentlichen Runde. Haben sie sich auch verdient nach der Eco eben, meiner Meinung nach. und ähm, sehe ich das richtig? Schläft die Admin da? Die hatte doch die Augen zu, oder? So, und äh, ja, ob man von United wirklich viel hören wird, weiß ich jetzt nicht. Äh, würde ich jetzt auch noch nicht so behaupten. Das hier ist jetzt ja auch nicht irgendwie so das Creme de la Creme Event. Das sieht natürlich gut aus, was sie machen. ähm, ich, es ist wirklich ein strukturiertes Spiel, gute, gute Entscheidungen. Aber ob sie, ob sie gegen ein Team wie zum Beispiel FaZe oder Astralis oder auch ein SK Gaming, das aktuell ja schwächelt, äh, wirklich bestehen könnten, das ist dann nochmal wirklich eine andere Hausnummer. Äh, sie machen sich gut, keine Frage, Gamalok. Ich will dir da auch nicht, äh, zu 100% widersprechen. Ich glaube, wir hatten schon häufig Teams, äh, wo man, äh, dachte, okay, boah, die werden so durch die Decke gehen und, äh, dann hat sich die nächste Season doch ein bisschen schwieriger als erwartet herausgestellt. Aber, ich meine, sie sind, äh, jetzt in der Pro League, werden jetzt gegen wirklich gute Teams in der Pro League trainieren können, zumindest teilweise. In der EU wäre das natürlich noch ein bisschen krasser. Ähm, ja, Dragonfly hier sogar mit der USP, das ist sehr optimistisch. Vor allem überhaupt nicht in der Situation, wo die Runde schon zu 100% safe ist. 2 gegen 3. Ja, aber refresh da mit dem Timing. Ich gebe das nochmal weiter, ähm, so. 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 Okay. Auch interessant, dass das Geräusch nicht bei der, bei der Musik dabei ist. Denn denke ich, dass das vom Observer-PC kommt. Aber das ist natürlich nur geraten. So, taktisches Timeout. United ist nah dran. Okay. Ich glaube, das ist eine technische Pause. Bubsky quitt. Hallo, was ist gerade passiert? Warum sind die, warum sind die alle nicht mehr auf dem Server? Alles klar. Cubify hat 2.0. Ich habe mich heute übrigens für Cola entschieden, wegen dem Koffein. Weil gestern sind wir ja bis 6 Uhr früh beschäftigt gewesen. und mein verdammter Beamtenkörper lässt mich halt immer irgendwie nach 5-6 Stunden Schlaf aufstehen, obwohl ich eigentlich noch nicht hundertprozentig erholt bin. So. Ja, Runde muss nochmal neu geladen werden. Gibt so ein paar kleine technische Probleme. Kann aber auch schon weitergehen. Sehr geil. Okay, also. Ja, die fragst das jetzt mit der Money-Control. Zephyr erstmal abgemolliht, kann dann nicht schnell irgendwie rausziehen. Aber ich denke, das war auch gar nicht der Plan. Jetzt stehen sie mit den Smokes noch hinten bereit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, United hat etwas super Spezielles vorbereitet. So, die Smokes Richtung außen. Ziemlich sicher sind das die Smokes Richtung außen, aber dann werden sie einfach die Tür durchgehen. Und ihr seht, wie Staven sofort drauf reagiert. Er reagiert nur auf die Granaten, dann fahren die rein, aber Staven schaut da nochmal rechtseitig hin. Drei auf seinen Nacken, die Bombe down. Schade. Wirklich gut gemacht. Sowas hätte ich mir anstelle von United für eine Waffenrunde aufgehoben. Da hätten sie Staven wahrscheinlich super refraggen können. So haben wir die zehnte Runde für das dänische Team. Wie mein Tag war, eigentlich sehr entspannt. Also am Anfang hatten wir ein bisschen Delay hier. Ansonsten habe ich, ich glaube, ich habe zwei Runden PUBG gespielt, wurde da komplett weggeinterpt. Super ekliges Game, habe es direkt deinstalliert, ist kein Witz. Habe dann tatsächlich Portal 2 installiert und so ein paar Community Test Chambers gespielt. Das war nice. Also sowas, sowas macht schon mega Bock. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon los. Habe noch ein bisschen Starlighter geschaut. Das North Game war schon so ein bisschen Augenkrebs, wenn ich ehrlich bin. weil ich finde, dass North übertrieben, mit übertrieben vielen Fehlern spielt, aber sie eben sau viel Skill im Team haben, wodurch sie das wieder rausreißen. Aber okay. Ja, ich habe es tatsächlich deinstalliert, Curry, ja. Ist kein Witz. Ich habe mir zweimal die Deathcam angeguckt und habe gesagt, fuck you und habe es dann deinstalliert. So, Stevan, ja. Ich finde es schön, bei der Camp von Stevan sieht man ihn sehr viel kommunizieren, sehr viel reden. Moose allerdings jetzt hier mit dem Frack und Moose sogar mit dem zweiten. Moose macht, finde ich, einen richtig guten Job. Er hatte noch nicht so viel Impact, weil die Fracks das nicht so spielen, aber er ist immer dafür zuständig, außen die Rotationen abzufangen. Es gab noch ein Return-Frag gegen Depper, das heißt, die Vorraumkontrolle für die Fracks, das ist da. Refresh jetzt auch unten. Okay, das mit der Vorraumkontrolle nehme ich zurück. Aber Refresh hier, Open Field, Moose da durchsprayen, aber Torben eben mit einer guten Position molligt unten nochmal ab bei 25 Sekunden, das heißt, bei 17, 18 Sekunden können sie da erst durchlaufen. Oben aus dem Fenster raus und Torben movt das halt auch hier wieder perfekt. Moose war schon Low-HP. Dazzle gegen zwei, jetzt erst mal am Durchziehen und er muss auch durchziehen, aber Sass wird sogar verhindert, nicht mal der Plant, den, der da noch ein bisschen Geld geben würde. Es ist die Anschlussrunde für die Frackstars und ich denke, jetzt sind sie so in dem Tunnel drin, sie wissen, jetzt geht's um die Wurst, das wollen wir nicht verlieren und da sind sie wahrscheinlich wirklich brandgefährlich. So, die zweite Map, die gespielt wird, ist übrigens Mirage und die Cider wäre das zwei. Torben, ja, Contact, man sieht halt auch dieses Standardplay immer, da sind sie einfach durch den Molli gerannt, haben den so ein bisschen dodgen können. Sauberer zweiter Schuss, ja, aber Depper hat sich da noch Refresh geschnappt, da gibt's den Refresh von Dragonfly, zack, zack, zack geht das hier wirklich sehr schnell an vielen verschiedenen Positionen und Starven darf hier am Ende noch einen zweiten setzen, zwölf zu zwölf, die Eko aber gar nicht so schlecht, das schnelle Rampe-Spiel ist an sich eine gute Sache. Wir haben auch eben mal gesehen, dass man den Molli ja nicht irgendwie im Rückwärtslaufen dahin werfen muss, sondern ihn auch gegen die Wand werfen kann. Ich glaube, dann ist er ein bisschen näher am Eingang zum unteren Spot und das ist, glaube ich, besser, um diesen Push aufzuhalten. Wenn man den Molotow da irgendwie noch mittig wirft, muss der Gegner da schon wirklich mit mehr Metern durchlaufen. Dass der Molli jetzt hier nicht in die Pommes rein, ist kein Problem, sogar umso besser. Einfach mal ein Detail erklärt, weil der Gegner natürlich beim Rauslaufen direkt in die Duelle geht und da meistens stehen bleibt. Wenn da ein Molotow liegt, macht das manchmal mehr Sinn, als wenn er in der Pommes ist, wo die Leute einfach schnell rauslaufen und meistens das Timing sogar auf ihrer Seite ist. Aber hier keine schnellen Plays. Staffeln mit dem Frack gegen Depper. Ich denke, das war genau hier an der Tür. Oder hat er ihn da irgendwie durch die Pommes gebankt? Ich glaube jetzt nicht, oder? Das wäre halt krass gewesen. Refresh hat hier ein super gutes Timing. Er hat ihn echt... Neh. Neh. Der liegt halt echt in der Pommes, ne? Ich habe Einschusslöcher im Dach oben gesehen. Eventuell hat Staffeln den von oben einfach exekutiert. Das kann man nicht anders bezeichnen. Staffeln wird da noch gedoppelt piekt. Das würde ich gerne aus seiner POV in seinem Replay sehen. So, Dazzle an der Rampe. Boah, super Blatt. Boah. Wie hat er das denn bitte abgepasst? Also, das ist ja ein Mega-Gefühl von Torben. Wird hier geschummelt? Bei den Frackstars ist das manchmal wirklich sehr krass. Aber okay. Ja, Frackstars mit der nächsten Runde. Ich denke, da werden die Replays auch schon vorbereitet. Ich will unbedingt den ersten Shot von Staffeln sehen. Hier nochmal die Stats für euch. Dragonfly auf 27 Kills. Was wir da natürlich merken ist, dass die AWP, wir hatten letztens ein Game in der 19-Damage-Liga, wo Sirson irgendwie in elf Runden 24 Fracks gemacht hat oder so. Hier nochmal. Oh mein Gott. Er bangt ihn halt echt so. Das ist krass. Das ist halt echt krass. Also, boah. Hab ich so noch nicht erlebt. Aber er hat ihn halt schießen hören und deswegen die Position erkannt. ja, das erste Mal, dass ich so einen Frack sehe. Warum nicht? Da haben sie auch gemeinsam gearbeitet. Ich kann euch die Stats leider nicht vorlesen, weil die beim Scorebot etwas durch das ganze Resetten an einem Punkt stehen geblieben sind, der mir ja, der eigentlich nicht passt. das ist leider ein bisschen Ripp gerade. aber okay. Das geht schon. So, was macht die United? Versuchen es diesmal wieder über außen. Ja, dieses, man kann sich da auch gerne mal verrennen in dem kleinen, kleinen in der Lobby. Fühlt sich natürlich immer gut an, wenn du aus so einem Lobbyaufbau heraus deine Runden holen kannst. Aber aktuell, die Frackstars ja wirklich mit Eiern. Ja, das ist natürlich ein mega fieser Pieken. Das Ding ist, dass sie da sogar zu zweit vorgehen. So, Refresh. Einen gesehen. Eventuell sogar gesehen, dass da jemand zurück ist. Hier kommt die Smoke in die Main rein. Das hatte ich im Optic-Game eben angesprochen, dass man sowas gerne macht. Haben wir von Complexity überhaupt nicht gesehen. Da hinten holt er sich die AWP. Aber Deppel war noch davor. Das heißt, unterm Keltwock die Kontrolle für United jetzt vorhanden. Aber sie haben immer noch einen Spieler weniger. Und Dragonfly macht die ganze Situation noch ein bisschen schwieriger für United. Denn mit dem Frack gerade sind sogar zwei Spieler überzeiht. Nein! Was macht Relics denn da gerade? Das ist eine Leiche sogar noch schön die Leiter runtergedroppt. Und Dragonfly zielt da noch ein weiteres Mal an. Das ist ein 4K für Dragonfly. Und der dürfte damit die 30er-Bombe geknackt haben. Ei, 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 ei. Allee.de auch endlich wieder da. Ich hab ihn schon vermisst. Hier, äh, Dragonfly. Das war wirklich auch ein super Shot. Manchmal echt nicht einfach zu erkennen. Habt ihr gesehen, wie die Leiche da noch runtergedroppt ist? Ah! Dann gibt's so einen Wilhelm-Schrei hätten wir da einbauen müssen. Guten Abend noch an den Chinesen, Torben. Wenn tatsächlich immer mehr je später es wird. So, Torben. Auch hier gerochen, dass da was kommt. Auch hier die Steps gewartet, den Molly wieder geworfen. Da geht dann aber die Frack noch eins, das glaube ich, durchgeflucht. Zweifel-Refresh. Oh, die Frackstars scheinen das hier jetzt aber gerade beenden zu wollen. Wirklich sehr schnell gefangen. Die Frackstars waren eigentlich gut dabei, das zu verlieren. Aber irgendwo gab's eine kleine Umstellung im Spiel, wo sie deutlich konzentrierter wirkten. Pause bei SK. Aha! Okay. Das hört sich nach so einer Art Doppelsound an. Eventuell der Replay-PC und der Observer-PC. Und ihr seht hier, wie da kommuniziert wird. Jungs, ihr müsst auf jeden Fall Headshots geben, weil ohne Headshots verbrauchen wir zu viel Munition. Und Trump hat uns ja das Budget für Munition gekürzt, weil wir gesagt haben, dass wir die Headshot-Maschinen 2018 werden. Und wir haben halt nur ein Kontingent bis bis zum Major. Und dann ist Schicht im Schacht. Also, denkt dran, Jungs, Headshot spart Munition. Ding! Ding! Okay! 15. Runde für die Freaksters! Wie gesagt, die Soundcrew der Dreamhack weiß Bescheid über das kleine Problem. Und das hört sich echt nach so einem Double-Sound an. Na, vielleicht, wenn es noch häufiger auftritt, dann werde ich nochmal was sagen. Aber ich habe da eigentlich schon genug zugeschrieben. So, das ist jetzt wohl ein Halle-Go, den United spielt. Wenn ich Moose in die Augen gucke, habe ich das Gefühl, er vertraut diesem Halle-Go-Call nicht. Sie spielen aber am Anfang mit Außenablenkung und gerade diese Ablenkungssachen werden meiner Meinung nach von den meisten Teams wirklich sehr krass unterschätzt. Jetzt nochmal hier Richtung Rampe. Ich glaube, Moose bleibt immer noch weiter mit dem Molotov in der Hand oben stehen. Das heißt, Außen- und Rampeablenkung, alles soll den Blick von der Halle wegwerfen. Und das funktioniert gut. Zwei Leute unten, die Rampe, glaube ich, genau, hier ein Stückchen zurück. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, haben sie wahrscheinlich eher gehofft, dass jemand noch ein dritter Spieler nach unten läuft. Und muss die ganze Zeit mit dem Molotov in der Hand. Sie warten also auf das Zeichen für den Go. Jetzt kommt der Molli rein auf die Pommes. Bubski merkt, okay, hier kommen Granaten. Der Go wird also jetzt auch angesagt für die Frackstars. Da muss die Spieler in den Schacht hochkommen. Refresh, aber gut, das ist ein wirklich sauber ausgeführter Go. Aber wie Bubski hier fast noch einen zweiten macht, Dragonfly noch mit dabei. Am Ende ein 8-Hap-P. War on 2-Game oder ist das passiert? Torben, überraschender Ace im Schacht. Und damit geht die erste Map an Frackstars, die ihren eigenen Map-Pick gewinnen können. Und da wird natürlich nochmal gesagt, ihr gut gemacht, Jungs, sehr gut gefangen. Sehr starker Block dann auch am Ende, obwohl da sehr viel Ablenkung dabei war. Richtig schöne Partie, sehr taktisch, aufwendige Partie von beiden Teams. So machen Nuke-Games auch wirklich extrem viel Spaß. Das muss man einfach mal sagen. Wir haben noch eine zweite Map für euch. Als nächstes kommt Mirage zwischen den Frackstars und E-United. Ich bin gespannt, ob E-United ihren eigenen Map-Pick gewinnen kann oder ob die Frackstars hier das 2-0 machen und damit in die Playoffs einziehen und E-United eben zum Koffer packen ins Hotel schicken. Wir machen eine kurze Pause. Gleich bin ich für euch da. Ihr bleibt hoffentlich dran und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.